Das war ziemlich schwierig. Oh, schau mal, wer ist das? Oh verdammt, sie ist so hübsch. Entschuldigung, kann ich Ihnen helfen? Nein, ich schaue nur. Lass mich meinen Freund anrufen, vielleicht kann er dir helfen. Hallo Schatz, kannst du schnell in die Fitnessstudio kommen? Was ist los Schatz? Ich glaube, dieser Typ möchte etwas. Ach so, was willst du, Bruder? Gar nichts, ich trainiere nur. Okay, gut, wenn du etwas willst, ruf mich an, ja? Ich glaube nicht. Also, dann mache ich mich auf den Weg.